Eyo, wo sind wir denn jetzt hier? Wo ist denn das da, Niklas? Zeig mir das mal. Erzähl mal, was macht das? Das blubbert richtig, ne? Das ist so ein Blubberpool. Ganz heiß, ne? Blubber, blubber macht es hier die ganze Zeit. Ist auch cool, sieht aus wie kleine Vulkane, ne? Ein bisschen blubberig aus, das sieht jeder schön aus. Und es kocht. Das ist krass, oder? Das sind so kleine Vulkane hier, ne? Niklas? Mach mal ein Bein darüber. Mach mal deine Hand dort, dann kannst du die Fläche halten. Jetzt ist das mal ein Bein drüber. Blubber, blubber. Boah, der spritzt, guck mal, bis hier hoch. Das läuft nicht her. Bitte? Boah, was sie sehen? Der eine da wird, wenn ich nicht so gut bin. Ja, was sie sehen, holen wir da. Das ist mir. Ja, was sie sehen?